Willkommen zurück bei Gossack 3. Wir schaffen jetzt die Isla, die Perle von Braga, zurück nach Braga. Wir hatten eigentlich auch einen Teleportstein dafür, aber egal. Jetzt sind wir ja doch ein Stückchen weiter gelaufen, als ich eigentlich laufen wollte. Aber ich wusste ja nun mal nicht, wo wir lang müssen. Deswegen wollte ich nicht, dass ich außersehen noch irgendwas übersehe. Und glücklicherweise habe ich auf die Art und Weise gehandelt. So konnten wir ja Isla und Azaru und so weiter finden. Na komm herunter, Mädel. Ich hoffe, ich führe sie ja nicht irgendwie ins Verderben aus Versehen. Wir müssen auch die Ruinen irgendwie leer bekommen. Okay, Aida, wir müssen uns ein bisschen vorwärts bewegen. Komm. Ich möchte nicht mit den Sandcrawlern kämpfen, wenn die mir folgt. Ich möchte nicht, dass ihr dabei stirbt. Das sind viele Sandcrawler. Da kann das durchaus mal passieren. Aber die scheinen mal schon abgeschüttelt zu haben. Alles gut. Aber ich glaube, es ist auch leuchter, hier die Städte im Süden einzunehmen. Im Vergleich zu den Städten wie Montera, Trelis und Co. Also Trelis habe ich natürlich noch nicht von innen gesehen. Machen wir dann gleich. In der nächsten Folge wahrscheinlich erst. Oder noch später, wer weiß. Aber bis dahin... Bis dahin sind wir noch in der Wüste beschäftigt. Ich weiß noch nicht, ob ich erstmal Wüste weitermache. Wie gesagt, mir gefällt es ja eigentlich. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mich jetzt gegen die Assassinen stelle. Und für die Nomaden, aber... Ja... Wir sind nun mal... Auch auf der Seite der Rebellen. Und die... Nomaden... Stellen zumindest keine Sklaven ein und so. So, Neffalem. Du wolltest sie doch wieder haben, oder? Ich bringe dir Ayla zurück. Ausgezeichnet. Sie wird mir die Nächte mit ihrem Tanz versüßen. Ich gehe davon aus, dass Azaru uns keine Probleme mehr bereitet. Azaru ist kein Problem mehr. Gut. Dann kümmere dich jetzt um... Irgendwas anderes. Hier. Gib ein wenig Gold aus. Okay. Luca! Hier ist das Leder. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Hast du zu viel Zeit? Ah, leider ist sie trotzdem noch schlechter als unsere. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen noch? Nur noch 4.000. Okay. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Kopf, Geld... Du wirst schon sehen. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Aber wir... Okay, ich kann José also nicht sagen, dass ich ihn umgebracht habe. Und dann bist du dir ganz sicher. Du wirst schon sehen. Das kann ich nur hoffen. Okay. Also muss es ja hier irgendwo... noch die... Hallo? Oh! 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 Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen. Steintafeln, Artefakte, halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Ja. Saturas ist in der alten Tempelstadt Al Shedim angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Rober auf die Insel Korini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrthana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Gut. Ich begleite dich zu Azaru. Ich kenne den Weg. Also folge mir. Okay. Dann nochmal zurück zu Azaru, wenn ich das eher gewusst hätte. Ich hatte aber gehofft, dass ich hier irgendwo noch den anderen Nomadenstamm finde. Friorion, ich komm gleich. Ich muss hier nochmal ganz kurz mir einen Überblick verschaffen. Räuber im Rücken hat er gesagt. Vielleicht hätte ich auch hier ein bisschen weiter in die Richtung gehen müssen. Ich möchte die Räuber schon noch ausschalten. Oder sind die vielleicht hier unten bei der Oase? Hier sind Warane, da werden die sich wohl nicht aufreißen. Löwen. Da ist eine Höhle. Oder? Enttäuscht mich das? Ist das nur ein Felsspalt? Ich glaube, ich werde vorher mal Wasser trinken, bevor ich in die Höhle reingehe, falls es eine ist. Und das sieht für mich stark nach Höhle aus. Und ich speichere, glaube ich, nochmal ab. Nur um sicher zu gehen. Okay, das sind Urge. Die. 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 Die möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Okay. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die andere Räuberbande noch weiter hier weg ist. Weil langsam kommen wir ja dann schon in das Einflussgebiet der nächsten Stadt. die da heißt ben erai oder so das heißt die anderen räuber müssen wirklich sich irgendwo in diesen ruinen da aufhalten oder in denen da hinten na die finden wir schon noch räuber für den habe ich erstens natürlich keine angst und zweitens glaube ich dass die es schon verdient haben dass ich sie angreife um zu vermeiden dass die weiteren reisenden wie den wassermagieren zum beispiel schaden zufügen gleich laufen wir ihnen ja auch zufällig über den weg während wir mit riordian zu azaru aufbrechen ein bisschen meine hoffnung ich müsse die mich ja sowieso überfallen wollen natürlich die kennen mich gar nicht weil es ja dann natürlich die kennen mich mal nicht so rum da sind sie glaube ich ich bin gleich wieder das nicht mehr sprechen jetzt wirst du was erleben ok jetzt muss ich kurz ein stückchen weg laufen und gleich eine suppe zu mir nehmen bleib stehen bevor ich sterbe okay aber dann wissen wir zumindest wo sie sind ich muss jetzt mal ganz kurz eine kleine pause einlegen und ich führe die aufnahme dann später weiter bis gleich und wieder zurück ich habe mal kurz noch ein stückchen wenigstens das stückchen bis riordian offscreen sozusagen gemacht einfach damit man den weg nicht noch mal mit laufen müssen für den fall dass sie noch mal sterbe und habe dort gespeichert und jetzt wenn man das riordian diesmal mitkämpft und deshalb greife ich von hier aus und noch gucken dass man wirklich jemanden treffen können und noch einen schuss also wie es aussieht macht es sogar einen unterschied ob die leute einer zweihand oder einhand waffe tragen nein das ging wieder schief fernkämpfer sind immer das schlimmste und so langsam ärgere ich mich echt darüber dass ich nicht auf den bogen gegangen bin wie ich eigentlich ursprünglich mal vorgehabt hatte aber egal was hilft im nachhinein sich darüber aufzuregen bringt ja doch nichts deswegen einfach auf ein neues ok jetzt sind wir hier ich nutze die chance noch einmal zum speichern wir können noch einen zweiten schuss aber es sind wirklich egal brauchst ja nicht noch mal wiederholen wir haben es ja mittlerweile denke ich alle verstanden was ich damit sagen möchte ok wobei der eine einheit waffe hat und auch unfällt doch verstehe ich doch nicht kreorion Bernados Brief? Mhm. Ein Lederschild. Hä? Hat der Riorion noch nicht umgebracht? Okay. Na gut. Soll mir recht sein. Kein Löschen. Oh, tatsächlich ist das Schild. Zumindest besser als mein altes. Was auch wirklich nicht schwer ist. Und was war gerade noch? Ach ja, ich wollte mal kurz das Buch, äh, den Brief anschauen. Bernados Brief. Takla. Zwei Bündel Waffen für euch. Das Gold für mich. Haltet euch von Braga fern. Nathalem ist auf dem Weg hierher. Bernado. Damit hat er sich verraten. Aber jetzt gehen wir erstmal mit Riorion zusammen zu den... zu den Nomaden. Zu den Nomaden. zu den Nomaden. Und wenn er sich interessiert, dass er seinen Brief vielleicht zurückbekommt. Oder Nathalem. Lass dich nicht unterkriegen. Aber gut zu wissen, die Wassermagier sind natürlich, wo sollten sie sonst sein, in der Wüste. Das war jetzt natürlich ein bisschen unerwartet, dass wir hier gegen so eine Menge an Sandcrawlern kämpfen. Deswegen könnte das jetzt auch im blödsten Fall ein bisschen schief gehen. Aber wir haben ja einen feuerkundigen Wassermagier bei uns. Das heißt, wenn wir das nächste Mal dann in Braga sind, können wir auch endlich lernen zu feilschen. Was uns dann theoretisch bessere Preise bringen sollte. Ah, du bist da. 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 Besser du als ich. Okay, Reolia nimmt durch die Viecher fast keinen Schaden. Ein richtiger Badass. Und dann natürlich nochmal gegen die Viecher hier. Ah. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Okay, jetzt sind sie endlich tot. Jetzt sollten auch keine Viecher mehr kommen. Komm, sind wir jetzt fertig. Hier ist das Versteck. Danke für deine Hilfe. Ich kann dir nicht viel geben. Aber wenn du willst, teile ich mein Wissen über die alte Magie mit dir. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Gewähre mir Lebenskraft. Oh, man braucht dafür Erfahrungspunkte. Ähm, ihr wisst schon. Aha. Hm. Hm. Bring mir etwas über alte Magie bei. Na gut, das ist alles eigentlich nichts für mich. Eila ist zurück in Braga. Ausgezeichnet. Dann wird Nafalem sich in Sicherheit wiegen. Nun, hilf uns bei den weiteren Vorbereitungen für den Angriff auf Braga. Halt. Bring mir etwas über das Diebeshandwerk bei. Bring mir etwas über das Falschen bei. Nein, das kann ich nicht machen. Dafür musst du mehr bezahlen. Hör zu. Ich habe dich bezahlt. Also bring es mir bei. Siehst du? Du kannst es doch schon. Du wirst beim Handeln merken, dass du bessere Preise bekommst. Wow. Danke, danke. Die Kraft schlummerte bereits in mir. Mir war es gar nicht bewusst. Sag mir deine Ware. Okay. Also. Es sind legendäre 15% mehr, die ich bekomme. Und da ich niemals wahrscheinlich genügend Jagdgeschick haben werde, kann ich glaube ich auch mein Bastardschwert verkaufen. Mein zweites. Obwohl ich wollte ja immer eins haben als Ersatz für den Notfall. Ich verkaufe einfach nur den anderen Schmarrn. So, dann brauchen wir die Armboost. Wir haben ja eigentlich eine. Noch eine zweite zu haben ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Stachelkeule ist kaputt sowieso und alles was abgenutzt ist bringt uns nichts. Stabkampf werden wir nicht lernen und dann haben wir eigentlich alle überflüssigen Waffen verkauft. Das können wir eigentlich auch loswerden. Genauso wie die Magieringe. Jetzt können wir tauschen und dann begehen wir uns auf den rückweg nach braga sogar zweimal Oh und rückweg schon abgeschlossen. Das ging ja schnell. Ich habe Tagla erledigt. Dann hast du dir das Kopfgeld verdient. Aber leider kann ich mit Bernardo nichts machen. Mach hier keinen Ärger, klar. Aber egal. Dann eben nicht. So, was wollten wir noch machen? Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wir haben aktuell Kopfgeld. Ja, Frage noch und Zugang E-Star. Und E-Star ist ja ganz im Südwesten. Okay, verstehe. Ah, okay. Ich freue mich schon darauf, wenn wir hier hochgehen. Aber ich glaube jetzt werde ich mich erst mal zurück nach Nemora teleportieren. Teleportieren. Und noch mal mit den Kollegen vor Ort reden. Ich möchte wenigstens das Nemora Trelis Zeugs noch abschließen. Und danach... Und danach gehe ich dann noch mal in den Süden nach Varand und dann machen wir erst mal dort weiter. Lass mich! Wer wollte denn noch mal, dass ich die Leute... Mach hier keinen Ärger, klar. Mach hier keinen Ärger, klar. Das ist riesig. Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Doch wer es ist, kann ich dir nicht sagen. Da musst du dein Glück schon woanders versuchen. Ich hasse die Menschen. Wie weiter so machen, dann schließe ich mich doch noch den Ort ein. Ja. Ich habe eine drastische Reaktion, ich weiß. Lass mich in Ruhe. Wenn das so einfach... Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Und wie hat jetzt ein Teil gefehlt? Ich habe dir einen Paladin besorgt. Paladine sind genau das, was unsere Moral wieder auf Vordermann bringt. Sehr gut, du weißt, wie du uns hilfst. Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Hm. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Du bist der Anführer von Nemora. Na schön. Du hast genug für uns getan, dass ich das jetzt ruhigen Gewissens zugeben kann. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ja, ich bin der Anführer von Nemora. Willkommen in unserer Mitte, mein Freund. Ich hoffe, du wirst uns nicht enttäuschen. Hengler überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Jetzt ist Schluss. Ich schmeiß den Typen raus aus meinem Lager. Ich habe das Schwein schon viel zu lange gewähren lassen. Das hast du gut gemacht. Halt die Ohren weiter offen, ja? Hier hast du deine Belohnung. Am besten du erledigst das selbst. Der Rebell Charles? Hör bloß auf mit der Scheiße. Der Rebell Charles beim Tempel von Tredis braucht Verstärkung. Verflixt und zugenäht. Was denn noch alles? Gibt es auch mal etwas, das glatt läuft in diesem verfluchten Land? Was soll ich Charles sagen? Sag ihm, das mit der Verstärkung kann er vergessen. Wir haben nicht genug Leute für so eine Aktion. Er muss da jetzt alleine durch. Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Ich schlage vor, du fragst erst noch die anderen. Verstehe. Kann dir doch egal sein. Okay. Ich habe ja schon ein bisschen was gemacht. Das hat uns gerade noch gefehlt. Zeig mir. Ich weiß, man. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Gehlt immer noch was? Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Irgendwann ist doch was vorbei. Das hätte ich dir vorher sagen können. Russell hat mich bei euch aufgenommen. Worauf warten wir? Was machen wir da noch? Okay. Also der würde mit mir Trayless einnehmen. Aber wir waren jetzt immer noch nicht da. Vielleicht möchten wir uns das vorher noch mal angucken. Hm. Aber. Das machen wir frühestens in der nächsten Folge. Denn. Ich habe gerade auf die Uhr gesehen. Und stelle fest. Wir sind schon wieder ein bisschen weit in der Zeit fortgeschritten. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Machts gut. Ciao. Und da haben wir ein mächtiges Problem.